hallo freunde kameraden und abonnenten ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem kanal beirut verschwindet unter einem bombenteppich beirut perle des orients beirut paris des nahen ostens ich hatte eine geliebte eine libanese geboren in beirut im libanon sie war eine seltene schönheit sie hat dort studiert an der universität saint joseph und sie hat mir von beirut erzählt und durch ihre erzählungen und durch ihre augen habe ich mich in beirut verliebt es ist lange her und sie hat mir von all diesen sängerinnen erzählt die beirut besungen haben und gemeinsam hörten wir musik von umkalsum eine ägyptische sängerin mit kultstatus umkalsum hat beirut besungen wir hörten lieder von ferus wer kennt sie nicht ferus ist eine libanesin und auch sie hat beirut besungen ganz wehmütig li beirut und bei li beirut bei diesem tollen lied von ferus dieser schönen araberin handelt es sich um eine melodie von anjuarez con mi amor gesungen eins von nana muskuri wer kennt sie nicht ferus hatte andere schöne lieder wie zum beispiel beirut ich liebe dich im sommer ich liebte dich im winter liebe ich habe das lied erst gestern wieder gehört von einer sängerin namens nariman borjas wahnsinn gänsehaut und jetzt wird beirut bombardiert beirut liegt unter einem bombenteppich im jahr 1982 war meine einheit die erste kompanie des du siem rep du siem regimo etrangere parachutist in beirut damals war beirut umzingelt von israelischen panzerbrigaden ihr ziel war es den plo leader jassi arafat zu erwischen aber die männer die jungs der fremden legion haben das verhindert es waren die jungs der fremden legion die während der operation epula jassi arafat aus der stadt begleiteten ihm somit das leben retten ich möchte euch bilder zeigen von den jungs der fremden legion aus dem jahr 1982 von damals in beirut während der operaktion epula hier sind sie kreis 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 Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020